Willkommen zurück. Dies ist System Shock 2 und wir werden mal weitermachen. Wir waren ja letztens mal auf der Suche nach der Fräulein Senger und werden sie nun mal suchen gehen. Um dann an den Code für diesen Spülungs-Dingens-Computer zu finden. Ich muss nochmal schauen. Litter 12. Ja, mit Munition sieht es so aus. Mehrfach. Einfach. Nun ja. So, hier haben wir noch unsere ganzen Waffen. So, dann werden wir mal noch unser... Schild aktiviert. Unser Schild aktivieren. Und dann nochmal die... Ehrenwerte Frau Senger finden. Weil ich immer noch nicht weiß, wo sie liegt. Mit ihrer Aufzeichnung da. Mit dem Code. Mit dem vermeintlichen Code. Ich muss mal kurz auf die Map schauen. 2b, 2a... oder so? Glaub ich zu kurz? Vielleicht sogar schon... Wer weiß. Ihre Aufzeichnung. Hm. Das ist halt nicht ganz unter. Ja lol. Wow. Komm wieder hoch mal rein. So, ich hab das mit deaktiviert, ja, hm, tolle Sache, hier ist aber auch nichts, hier liegen noch zwei, ja, Audio-Log-Sänger, einmal frei, ein French-Eppstein-Gerät, was ist denn ein French-Eppstein-Gerät, aha, aha, oh, ne deaktive, können, Argon-Leser-Pistole, ne, ich hab noch ne Argon-Leser-Pistole, nie, gut, was ist denn ein French-Eppstein-Gerät, bei einer Waffe ziehen, um sie zu modifizieren, das ist ja spannend, dann legen wir sie denn mal drüber, hm, Pistole, oder, hm, hm, Waffe aufgerüstet, Modifizierung 3, da scheint unsere Schriftlinde, irgendwie modifiziert zu sein, naja, dann hören wir uns doch mal von der Fräulein-Sänger was an, Malone ist tot, ich redete gerade mit ihm und dieser Cyborg kam von hinten ran und, okay, Conny, beruhig dich, ich habe der Tür im Technik-Kontrollzentrum einen neuen Code gegeben, 15061, ich glaube, hier bin ich sicher, hier bin ich sicher, naja, dann können wir ja wieder zurückgehen, wir haben einen Code jetzt, Technik-Kontrollzentrum, und das finde ich doch sehr gut, Technik-Kontrollzentrum, Oh, 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 oh ich bin bitte verschwenderisch unsere ende unsere ja das kann ich wohl nichts mehr aufnehmen ich muss jetzt zum technik kontrollraum zurück 8 tonne 2a jetzt haben wir ja den code endlich ich will entscheiden abzugehen ist ne replikator hallo freund bitte treffen sie ihre auswahl ist ne tragbare batterie ich brauche noch eine modifizierungssoftware ansonsten habe ich alles ändern fehlt mir noch wie so was ist eine tragbare batterie aber ich kann ja nicht und ich will kommen und noch mal ein wortungswerkzeug halt nehmen neun fünf fünf nehmen wir das so jetzt haben wir den platz wieder frei schild aktiviert tragbare batterie tragbare batterie aufgehoben ist das für den hier oder was bestimmt für die hier für die laserpistolen die künstler werden über ein stromverbrauch noch der weg zu ziehen um es aufzuladen siehst du so mit voll cool cool das ist ja nice 44 standard munition nehmen wir da bitte standard munition mit das ist gut so auf jeden fall fachteile 2a gibt es bestimmt nicht dann gehen wir mal wieder zurück der 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 schild deaktiviert du wenn du mit mir nicht ich mach das nicht so reaktorkern und zentrale technik kontrollzentrum wo ist denn das da jetzt cool man tut zentrale technik kontrollzentrum dass das hier ich habe schon drinnen nehmen wir halt noch mal hoch nur hier ist halt die kontrollstation komisch vielleicht krieg ich jetzt was mit dem neuen code mal sehen hier kann man wieder hacken wo das sind ja sehr gut aber wir haben noch sechs naniten das kostet und derzeit sehe ich nichts grüch großartiges ist schon vielleicht trotzdem noch mal noch mal schon weltraum unendlicher weltraum hier gibt es wohl nichts zurück hier bin ich wohl denke ich mal falsch hier gibt es noch einen lockt ich habe noch nichts gesehen von diego hier können wir noch statistik upgraden modifizieren würde ich doch genau modifizieren noch auf drei kriegen modifizieren zwei können ich schon modifizieren oje ich kann modifizieren magazin hat 24 statt 12 schuss schönes ding auf ich bin der unn und diesem schiff gegenüber verpflichtet aber kein kann ich dem ruf der masse widerstehen die schwäche meines vaters erschuf schodan meine schwäche hat diese wesen an bord der von braun gebracht kann ich meinen fehler wiedergutmachen sehr interessant das finde ich echt interessant der vater vom diego hat also die schwäche meines vaters erschuf schodan siehste das ist ja mal eine unerkenntnis ein wahnsinn krass 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 also hier scheint es wirklich nichts zu geben außer dass man es vielleicht noch ein bisschen sicher ist verschaffen könnten überwachungssystem deaktiviert jetzt ist unsere kohle alle jetzt haben wir keine kohle mehr und keine sauber module mehr jetzt haben wir gar nichts mehr das ist immer total blank das gab es nie unten nochmal ja nicht so viel wir hätten es aber auch hier hinten nochmal aufladen können hätte ich nie unbedingt die batterie verbrauchen müssen wir müssen den dann irgendwie säubern vielleicht 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 auch nicht was denn jetzt oh suicide bots ha ich gewinne mein freund doch okay ist das war ich hier kommen sie noch mal heilen wahnsinn und da fehlt uns das geld nicht genug naniten wir sind im spel lang das ist doch kacke und das haben wir gerade an 20 und ich mich nicht heilen so ein trick wo hier technik und rolle hier technik und rolle müssen wir sogar hin wenn die waffe die kontrolle